Hey guys, this is Sib and you are now watching Freakish TV on MTV. Das Nightlife-Portal usgang.ch feiert seinen 16. Geburtstag zusammen mit dem DJ-Duo Sib als Headliners. Klar, dass wir uns eine solche Sauce nicht entgehen lassen. Hi ihr Lieben und Willkommen zurück zu Freakish TV. Wir feiern heute Jubiläum und zwar von usgang.ch. 16 Jahre existiert es schon. Alle freuen sich auf die Party und wer darf hier natürlich nicht fehlen? Genau, Freakish TV. Und deswegen folgt mir. Musik 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 Ja, seit 16 Jahren inspiriert uns Usgang.ch mit den besten Partys. Und deshalb zeigen wir euch heute auch wieder die besten Party-Tipps, natürlich presented bei Usgang.ch. Das Alice Jew lädt zu einer furiosen Abschlusssause, die zugleich mit Glamour und Glitter das neue Jahr einläutet. Um vor der großen Nacht gestärkt zu sein, bietet sich übrigens das exzellente Flying Dinner an. Das Who is Who des Technos beglückt euch in der Neujahrsnacht in der Berlin Arena mit Spreeblick. Mit dabei sind unter anderem Carl Cox, Chris Liebing, Richie Horton und viele mehr. Das legendäre elektronische Silvester-Festival vom Club Borderline in Basel ist nun noch größer und feiert noch länger. 25 Stunden non-stop mit Format B, Mark Reeve, Marika Rosa und vielen mehr. Wer in der Silvesternacht noch nicht genug ins neue Jahr reingefeiert hat, dem stehen ab Sonntagmorgen die Türen zum Vior geöffnet. Happy New Year im Volkshaus Zürich auf vier Floors. Deep House mit dem Superstar alle Farben. Tech House mit Tube und Berger und Animal Trainer. Die Future House Stage mit Chocolate Puma. Für Hip-Hop sorgt DJ Revolution aus den USA. Sicher dir dein Ticket auf starticket.ch Wie gefällt dir die Party heute? Es ist super gut. Vor allem der Sieb und DJ Ray Douglas. Ich kann wirklich sagen, es ist gut und von dem her geniessen wir es heute Abend, so wie es ist. Heute sind ganz schöne Frauen im Kauf, Leute. Wieso bist du denn heute hergekommen? Wegen der guten Musik. Nur wegen der guten Musik. Und wegen der coolen Leute. Oh mein Gott. Der Sound hier ist willkommen zu betreffen. Und trotzdem zeigen wir euch jetzt unseren Track der Woche in unserem Soundcheck. Tom O'Dell, Silhouette. Der junge Brite Tom O'Dell feierte seinen Durchbruch mit dem Song Another Love. In seinem neuesten Streich Silhouette trägt die rockige Melodie zu einem echten Ohrwurm bei. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Mit dem Remix von Mike Posner's I Took a Pill in Ibiza erlangten die Borweger internationale Bekanntheit. Ihre erste Single Breathe, die Anfang des Jahres erschien, knüpft er an den Erfolg an und verspricht viel für die Zukunft. Ich sitze hier gerade neben einem Crewmitglied von Sieb und wir fragen ihn doch gerade mal über die Crew aus. So, you are three guys, I guess. Could you just tell me about your crew? Yeah, it's me of course and Espen and Simon. And we work together as a team and right now they are in the studio so I need to travel here alone but that's fine because it's a good thing for us to do because when we have some tracks that needs to be finished. If all three go down here, it will take a long time before we finish so it works good for us. So, you are not sad that you are not working with your guys right now? Of course, I miss them but I see them on Monday but it's for me to travel around and play our music to people and see the reaction of the people. I think that's the best thing in the world so to be alone here today, it's okay. So, you did like a remix with Mike Posner, I took a pill in Ibiza. So, how did you come to this and do you know him personally or what was the point? Like the song or the remix I took a pill in Ibiza with Mike Posner is for us in Sib. It's like a big door opener because now it's out like 700 million streams on Spotify. So, it's our biggest song and we are very happy that we get the opportunity to remix the track for Mike and Simon and Espen has met him one time. But I think the contacts start with our managers and the labels. So, what do you expect from this night? What do you want to do or what do you want the people to feel when you are playing your music? Yeah, that's a good question because I have a seat in a hotel in like five hours now and prepared the set for tonight. But this is the first time in Switzerland. So, I don't know what the people are into. But I think we start a little slow with some good vibes to see music and at the end we're going to turn up a little bit and make the people go like this. So, yeah, because we are the party. So, then we go crazy, I guess. Yeah. So, we are playing some new songs. We never have played some of them before and to see the reaction and how the crowd reacts on that. It's always a good thing to look at because if people like it when you play it, they probably like it when you release it. So, yeah. So, what's the newest song you have? What's the name of it? The newest track, it's a single with Jacob Banks. It's from Great Britain. The name of the track is What Do You Love and we released it. We had a release party at Hollywood Bowl when we were supporting for Kygo in LA. So, that was very nice. For Kygo? That's a big name, no? Yeah, Kygo is a big name, but it's many big names from Norway. We have Kygo, Alan Walker and of course Sieb, so... Woof, Adam! How do you get your alcohol bag? Very good. I get what I want. Wodka and Tonic. And how do you enjoy it? Die Party! Sehr gut gefällt mir die Party! 16 Jahre Ausgang.ch! Perfekt! Ja, und auch der schönste Abend hat mal ein Ende. Die Party war richtig, richtig geil. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freakish on MTV, eure Kelly. Vielen Dank.